Herzlich Willkommen zurück! Heute gibt es einiges zu erledigen. Angefangen damit, dass wir sämtliche Dittos in Großgefilde finden und einsammeln. Daraufhin erlangen wir ein neues, legendäres Pokémon, welches wir sogar in einem Kampf gut zeigen können. Und zu guter Letzt bestreiten wir die dritte große Prüfung des Dojos, in welcher wir einen finalen Kampf gegen Sephora haben und das in einem Dynamax-Kampf. Wer ist auf dem guten Weg, der neue Meister des Dojos zu werden? Lasst mir finden für ein Like dafür, stellen Frühsupport und ein Abo und dann viel Spaß im Video. Herzlich Willkommen, Freunde, zurück zu einem neuen Podcast Let's Play Pokémon-Schwert. Ja, in der Rüstungs-DEC, ich habe schon den Namen fast vergessen. Meine Güte, so lange ist es schon wieder her. Zwei Wochen, um genauer zu sein. Ähnlich wie bei Ori and the Wolf the Wisps habe ich gerade ein paar viele Let's Plays am Laufen. Da kann ich nichts dafür, da kann ich schon was dafür, alles in Ordnung. Jedoch habe ich jetzt wegen Pemamari und Origami-King, und weil ich ja jetzt auch nicht jeden Tag übel die Videos reindrücke, es nicht geschafft, einen weiteren Part zwischendurch aufzunehmen. Ich wollte jetzt, wie gesagt, Origami-King ein bisschen vorbringen, um da nicht zu weit, meinem neuen Spiel ist es nicht so weit nach hinten zu drosseln. Hier bei dem DLC ist eh nicht so schlimm. Wir haben ja das Haupt-Pokémon jetzt Plays da ziemlich gut rausgebracht. Spielt auch keine große Rolle. Nun geht es weiter und ich versuche hier ab jetzt, bei diesem Projekt im Vergleich zu Ori zum Beispiel etwas mehr Routine reinzubekommen. Auch bei Ori habe ich vor, ein bisschen wieder reinzuschieben, aber bei Mario Maker 2 zum Beispiel, das habe ich aber schon beim Part genannt, da müssen wir noch ein bisschen mit der Seltenheit leben. Ich kann es nicht erinnern, ich bin immer noch erkältet und mein Hals ist immer noch, wenn ich rede. Und wie ihr gerade an dem Cut schon mitbekommen habt, ja, mein Hals ist nach wie vor, wie ich schon erwähnt, Komet zu, kappt manchmal richtig zu, wenn ich rede, ausspreche vor allem, dann blockiert das hier oben und dann muss ich halt, naja, ein bisschen kontrollierter das Ganze reden und dann stoppt das hier, wie gesagt, das hört ja dann noch alles raus, keine Sorge, aber noch bin ich krank, aber alles gut, ich kriege Aufnahmen, bin gebacken, das war auch so ein Faktor. Ich war ja dann auch, wie gesagt, ich bin krank geworden, war nicht da. Alles die gleichen Sachen habe ich auch schon erklärt bei Mario Maker 2, geht gerne auch zu diesem Part übrigens, da spiele ich dann Superwelten von anderen Leuten. Sollt euch das interessieren, könnt ihr gerne vorbeischauen. Für heute machen wir aber heute endlich wieder weiter bei Pokémon Schwert und zwar hier vor dem lieben Kerl, mir ist nämlich auch, ich wollte nämlich auf Camp schon ein Diktas suchen, weil ich habe heute nämlich vor, in einem weiteren Gebiet sämtliche Diktas zu farmen. Ich habe heute vor, in diesem Gebiet, wo wir uns gerade befinden, in diesem großen Anfangsgebiet, da alle Diktas zu finden, das können ja mal ein Abenteuer werden. Und heute kann ich mit dem Typen hier sprechen und wollte gucken, ob der noch irgendwas hat für einen und ja, ich liebe Gericht nicht, man kriegt hier Belohnungen für das Einsäulen von einer gewissen Anzahl an Diktas. Und ich wollte auch herausfinden, ob man vielleicht eine Übersicht von ihm bekommt, wie viele Diktas man schon aus welchen Gebieten hat, aber das glaube ich kriegen wir dann eher weniger. Machen wir hier noch auf der Liste weiter. Ah, damit wären wir bei mindestens 5 Diktas. Mit anderen Worten, Zeit für eine Belohnung, ganz genau. Hier bei diesem Pokémon möchte ich mich für deine Hilfe bedanken, aber man kriegt Pokémon von dir. Dieses Pokémon habe ich auch in Alola getroffen, so wie meine Diktas. Mauzi erhalten. Ich habe einen Alola Mauzi erhalten von dem. Hm, das ist ja cool. Ey, nice, man kann von dem Alola Mauzis, also Alola Pokémon erhalten, weil wir ja auch Alola Diktas farmen. Der hat ja am Anfang schon einen gefragt, was das für ein Diktar ist oder da konnte man irgendwie eine Feststellung treffen, dass das Alola Diktas sind. Das erkennt man an diesen drei kleinen Härchen auf dem Kopf. Normale Diktas haben diese nicht. Und ich finde es gut, dass es jetzt eine noch weitere Alola-Version gibt. Jedoch habe ich schon zwei neue Pokémon in meinem Team. Glaube ich. Ich habe schon wieder mein Team nicht reingeschaut, aber ich glaube, ich habe zwei neue Pokémon, genau, Bisa Knoss, oder es müsste ja sogar schon Bisa Floor sein, und Calamaneiro. Und jetzt habe ich noch vor, ein anderes Pokémon in mein Team zu holen. Das ist aber schon reserviert. Kehren wir uns den Leaks auch schon. Ich möchte mich ordentlich bei dir bedanken, sobald 10 Diktar wieder bei mir sind. Das ist doch aber schon... Ist das noch nicht passiert? Bin noch nicht 10 Diktar gefahren. Du hast bisher 19 meine Diktar auch gefunden. Das bedeutet, es fehlen noch 132. Ah, damit... Okay, okay, man muss sich nochmal neu ansprechen hier. Das ist cool. Hier, bei diesem Pokémon möchte ich mich bei deiner Hilfe bedanken. Äh, auch eine Lola getroffen. Ein Alola-Flegmon. Das ist cool. Jetzt haben wir ja einen Galar-Flegmon auf dieser Insel. Das ist ein Alola-Flegmon. Hat das Unterschiede zum normalen? Oder bin ich gerade dumm? Ich habe da gerade vorgelesen, das ist ein Ike-King-Stand. Auch hier jetzt schon drin. Das ist nice. Lassen wir direkt schon drin im Team. Aber ich brauche jetzt gerade keinen Fleckmon. Joa, keine Ahnung, ob es da noch... Also bei 20, da bräuchten wir noch ein weiteres. Dann können wir noch eine weitere Belöhnung bei dir abholen. Verdoppelt sich also jedes Mal. Coole Sache, oder halt so in 10er-Schritten. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt Alola-Flegmon war. Und denn ja, was die Unterschiede zwischen dem normalen sind, ist es im Grunde erstmal egal. Jetzt werde ich mich erstmal auf die Suche begeben. Und wie ihr schon erwähnt, in diesem Gebiet hier sämtliche Diktars, ja, anfangen. Und hier habe ich noch eine andere Beispiele für euch. So wollten wir die Diktars haben. Ich musste gar nicht weit gehen, um das erste Diktar zu finden. Mit den kleinen, auffallenden Härchen hier am Hügelrand. Das, was ich gesehen habe, ist eigentlich schon peinlich, weil das wirklich gefühlt 10 Meter von rechts von dem Typen entfernt ist. Naja, dann nehmen wir dich entgegen jetzt. Äh, wir befinden uns mal im Ort Großgefilde. Es stecken sich hier noch 11 weitere Diktar. Na gut, dann weiter geht's ins Abenteuer. Direkt weiter unten gelegen von dem alten Standpunkt, wo dieses, äh, Mega-Raid hier, wo dieser Mega-Raid gerade hier ist. Hallo Süßer, was geht hier? Ah, die hauen wir da ab, okay. Da hat gerade zu mir rüber geschaut, das sah süß aus. Finden wir ein nächstes Skala-Diktar. Und das holen wir uns ebenfalls jetzt ran. Ganz entspannt. So, komm her. Und jetzt sind es nur noch 10 Stück. Weiter geht's an die Suche. Ach, brauche ich Gott nicht zu schneiden. Haha, die sind ja übereinfach versteckt, ja. Direkt ist hier der Nächste. Ich kann mir sogar vorstellen, dass bei unserem Glück sogar noch ein weiteres hier am Strand vorzufinden ist. Aber ich gebe es ja auch zu, wir haben uns ja hier auch etwas später umgeschaut. Das ist nur noch 9 Stück, super. Wir haben uns ja hier auch nicht umgeschaut, nachdem wir die Info erhalten haben. Sind direkt schon zum, alles gut, Abra, sind direkt schon zum Dojo durchgelaufen. Und ich glaube, hier im Anfangsbereich werden wir deshalb noch ein paar weitere finden. Na gut, bis gleich. Naja, wenn man schafft den Weg ist, kann man ja auch ein neues Pokémon mitnehmen, nicht wahr? Ich meine, hier gehört ja alles irgendwie mit dazu. Diktas, Farmen, Pokémon, Fang für den Galapokédex. Auch wenn ich nicht überhaupt den zu vervollständigen, müssten die meisten von euch schon wissen. Und natürlich auch Trainerkämpfers, so wie die Story hier. Vielleicht bin ich sogar schon beim ersten Mal drin. Nope. Natürlich nicht. Er macht uns so sinnloserweise Hoffnung. Er setzt Knuttler ein. Das ist gegen uns aber genau nicht stark, weil wir Stahl sind. Und ich glaube, das ist ein Fee-Angriff. Und ich glaube, Stahl ist sehr stark gegen Fee. Weshalb wir hier nicht in Stahlflüge kommen sollten. Natürlich sieht das schon sehr süß aus. Und ich hoffe natürlich, dass auch irgendwann eine Crit kommt im Notfall. Es sei denn natürlich ein Schild jetzt, ne? Das wissen wir natürlich nicht. Das ist immer eine große Überraschung. Ne, ein Schild nicht. Aber ich habe halt nicht vorhin anzugreifen. So wie er aussieht, kommt mir das so vor, als wäre das ein Typ, der von meinen Angriffen gewonnen wird. Und deswegen bleibe ich jetzt eher bei meinen eisernen Superwellen. Aber natürlich stellt ihr es euch zusammen. Nach dem dritten Ball kennt ihr doch schon. Das habe ich noch beibehalten. Und ja, da gibt ihr mir gar keine Chance. Dann will ich jetzt nochmal Angriff wagen und noch einen Ball riskieren wollen. Das geht ja alles recht zügig hier. Und dann hoffe ich, ja, okay, es wird jetzt, ne? Und das ist aber nicht gut. Weil wenn wir ihn jetzt fast töten mit dem Burschen, glaube ich, hier, dann könnte das dazu kommen, dass er sich mit Verwirrung eventuell selber umbringt. Naja, er schwächt sich ja ohnehin jetzt. Dann setzen wir jetzt mal hierbei ein und hoffen, dass er da drinnen bleibt. Wir hatten gerade eben Händler um die Ecke gehabt, der für was uns Wände gibt. Und wir haben ja schon einige Watt erhalten. Alter, komm jetzt, schell, Junge! Aber ja, wie gesagt, wenn das nicht selber verwirrt, dann... Geht ja einiges an Schaden reingerückt. Und ich möchte jetzt auf keinen Fall, dass er dadurch irgendwie stirbt, weil wir wahrscheinlich wieder ihn fast töten. Gehe ich jetzt einfach von da aus, also. Mal gucken, wann ich ihn gefangen habe. Ach, da war der Kriss ja schon. Super, da hat man es gehört. Ich hoffe, dass er jetzt drinnen bleibt. Es kommt ja ganz selten vor, dass er auch da ausbrecht. Ich kann es nicht glauben. Er bricht bei einem Kritt mal aus. Ich rede gerade darüber und es passiert einfach. Willst du dich verarschen, Mensch? Du hast beim ersten Mal dreimal gemacht. Wieso jetzt nur... Wieso gänzt du mir jetzt nicht mal zwei Wackler, Alter? Du dreistest Stück Dreck, Alter. Ey, bleib jetzt drinnen. Es ist Pflanze, also man kann auch Dreck sagen, zum Teil. Es hat einen Blattangriff eingesetzt. Hier, wenn es denn das ist, Mensch? Hier, mal ein Kritt und er kommt da raus, oder? Was ist denn das für ein Viech? Ja, es war klar, dass er stirbt dabei. Och Mensch, ich wusste es einfach. Ich wusste es. Warst du Volltreffer oder warst du auch noch? Ja, Krammer. Dass du warst gerade zugegeben, um genau zu sein. Was willst du machen? Dann solltest du ihm heute nicht so sein. Und wir haben eher einen Trollkampf gehabt, um mich wieder perfekt darauf vorzubereiten. Das kann man ja nur ausgleichen, indem man sich ein anderes Pokémon fängt, was ich noch nicht habe. Also komm her, Stern, du. Du solltest ja neu sein in den Pokédex, oder Stami, um genau zu sein. Hoffen wir mal, dass er einen Angriff überlebt. Wir können ja direkt drinnen bleiben hier. Denn ich muss ja irgendwie einen Ausgleich dafür finden, dass dieses Viech gerade gestorben ist. Meine... Halt die SFS, wirklich. Was war das denn für ein Typ? Der ist beim ersten Ball fast drinnen geblieben. Ich dachte, das ist ein ganz lieber. Und dann kommt der hier dauerhaft. Was ist denn das für eine Scheiße? Dann kommt der hier einfach durchweg. Und bitte stirbt nicht, Stami. Okay. Überlebt es. Aber genau das habe ich eben auch erwartet, dass er halt bis in den roten Bereich sich vordringt. Klar, er hat durch die Verwirrung dreimal einen Hit reingedrückt bekommen. Hat sich selber verletzt mit anderen Worten. Weshalb ich natürlich jetzt in den Gnadenschutz verpasst habe. Aber er ist halt jedes Mal so schnell ausgebrochen. Ey, mein, du bist das jetzt so. Ähm, da dachte ich mir, okay, komm, jetzt greifst du mal an, sonst würde der immer wieder aus dem Ball ausbrechen. Dadurch ist er gestorben. Ich wusste das von Anfang an schon. Ich weiß nicht, ob er überlebt hätte vielleicht, wenn er jetzt nicht vord gewesen wäre. Aber immerhin haben wir drei Level-Ausbekommen. Super. Und konnten ihn jetzt fangen. Es macht ja doch recht viel aus, wenn der in den roten Bereich kommt, das Pokémon. Soll ich ihn wieder sehen, hole ich mir eventuell ein weiteres Mal und riskiere dann direkt einen Bohrschneiber. Oder wechsel ich vielleicht die Pokémon durch. Das als kernbezeichnete Organ dieses Pokémon erstrahlt in den sieben Farben des Regenbogens, wenn Starmi mächtige Psychoankräfte entfesselt. Das ist ja cool. Das ist ein Organ, dieses Juwel. Neiße Sache. Sollte man ihn auf jeden Fall nicht, dass dieses Organ rausnehmen, weil er es ihn vielleicht sogar umbringt. Das wollen wir ja natürlich nicht. Aber das hätten wir geschafft. Hier ist noch ein Item. Die Galar, Flagmon, die sind auch schon sehr ausgebreitet. Guck mal weiter. Einen Pokémon haben wir jetzt als Aussicht bekommen. Immerhin kann ich jetzt in der Fröhlichkeit sein und weiter die Erkundung vorantreiben. Tatsächlich konnte ich kein weiteres Dedictas am Strand vorfinden. Dafür aber unschlagbar zwei unmittelbar nebeneinander. Ich habe nur den einen hier gesehen. Da war aber direkt links davon noch ein weiterer. Krass, sehr gut. Dann haben wir jetzt noch acht in Gruß gefüllt. Das ist ja vor allem auch ein recht großes Gebiet. Da in der Ecke war ich noch gar nicht. Das können wir sogar zusammen machen, weil ich will jetzt so Sachen rausschneiden, wo bei Gebieten, wo ich war. Und ich glaube, da hinten war ich gar nicht mehr. Aber ich will noch mal kurz auf die andere Seite gucken. Vielleicht haben wir ja hier noch ein weiteres. Ich weiß nicht, ob ich das Schanera hier geholt habe. Und ich hoffe nicht, dass das Wassergebiet auch zu Großgefülle dazugehört. Weil dann müssten... Oh nein, da ist ja wirklich noch einer. Ein dritter. Und wie dreist, der verschlägt ist, Alter. Hinter den Kisten. WTF, Alter. Die sind ja so böse gelegentlich. Noch sechs Stück, aber wir kommen extrem gut voran. Hier auch noch einer vielleicht. Dann. Ne. Aber das ist der zweite der dreisten Diktas, die wir nicht direkt erreichen können. Aber die wir nur ansprechen können von einer gewissen Entfernung her. Wie schon erwähnt, ich glaube, hier hinten waren wir nicht mehr. Weshalb ich... Ich habe mich schon gefangen. Hier auch mal vorbeischauen möchte. Da müsste ja... Da ist noch ein Item im Pokéball. Es müsste sich eigentlich garantiert noch eins befinden. Also eins kann ich mir garantiert noch vorstellen. Das wäre ja total bescheuert. Da waren drei Stück in der gleichen Ecke und dann kommt hier keiner mehr. Das wäre ja... Ja genau, da ist er. Das wäre ja bescheuert. Aber auch der war jetzt fies versteckt, weil er sich wieder inmitten der ganzen Blumen versteckt hat. So. Ich kann ja noch träumen und noch ein weiteres ganz in der Ecke hoffen. Heute träumen wir zusammen, auf das der Wunsch war. Wird das ja noch ein Item gewesen? Ja. Aber doch da... Ist hinten was? Ich sehe es nicht ganz genau. Aber ich glaube, da ist nichts mehr. Ne. Schade. Hätten sie auch noch idealerweise machen können. Denn es sind halt eben elf Stück, die wir am Anfang des Parts noch gesehen hatten. Und nun müssen wir uns auf die Suche begeben in anderen Teilen der Karte von Großgefüllte. Und hoffentlich finden wir dann. Ist hier noch irgendwas anderes um den Stein vielleicht? Ich meine, die sind ja schon sehr dreist in gewissen Situationen. Aber nein. Nichts mehr hier zuvor zu finden. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Diktar wieder. Läuft ja momentan sehr gut. Hier drüben, wo wir gerade eben schon ganz kurz hingegangen sind. Aber ich habe dann umgedreht, weil ich da drüben... Na, du siehst du. Weil ich da drüben gerade eben halt diesen Weg entlang gelaufen bin. Befindet sich am Stein. Ich werde gerade verehrt von drei Pokémon. Das ist niedlich. Ein weiteres Diktar hier in der Ecke. Und ich will das auf jeden Fall mitnehmen. Es scheint auch gerade hier der Abend einzutreffen. Ab 19 Uhr. Ich habe es gerade 19 Uhr, als ich es aufnehmen. Und das passt. Anscheinend schwingt dann hier, wenn man den richtigen Zeitrhythmus eingestellt hat. Kommt dann hier anscheinend der Abend ab 19 Uhr durch. Cool, wie das aussieht hier, oder? Oh mein Gott. Kann man auch nicht hier das passieren, weil ich meistens immer nachts oder am Tag aufgenommen habe. Aber Leute, gönnt euch das. Das ist schon geil. Das ist sogar ein Thumbnail wert. Mal gucken, was noch in dem Part passiert. Weshalb ich vielleicht das Thumbnail noch an einer anderen Stelle benutze. Aber das ist schon geil. Okay. Schöner Blick haben wir gerade gehabt. Nun geht es zum nächsten. Auch sehr fies hier auf diesen Hügel. Klar, der Punkt ist zum Teil makaber. Also aufmerksam makaber war, glaube ich, gerade das falsche Wort. Null. Aber trotz dessen böse hier in dem ganzen Unkrautversteck befindet sich ein weiteres Dick da. Und ich glaube, mit dem Einsammeln von diesem Kerl sollten es noch drei weitere sein, die wir hier finden können. Ganz genau. Hoffen wir, dass wir die finden. Momentan. Es läuft sehr gut. Ich dachte, dass wir hier vielleicht googeln müssten. Vielleicht schaffen wir es auch ohne googeln. Vielleicht auch nicht. Wirklich sehr, sehr dreist. Und schon halb im Baum drinne befindet sich ein weiteres Dick da hier eben an dem besagten Baum. Meine Güte, Alter. Also einige Male, da geht das halt übel ab hier. So, wenn ihr euch wundt, warum ich mal auf meinen Bildschirm hier schaue, auf meinen Nebenbildschirm schaue, liegt daran, weil ich momentan ein Video render. Und ich lasse ein Video eigentlich selten rendern neben meiner Aufnahme, weil das dazu führt, dass es in gewissen Punkten die auf einem rumspackt. Und ich will mal sehen, wann das passiert, um es rauszuschneiden oder sowas. Aber es kann gelegentlich vorkommen, dass während ich was bespreche oder was Wichtiges mache, dass es heute zurück dann kommen kann. Weil ich eben für das Zeitliche, ist es besser, ein Video render, während ich aufnehme. Okay? Du warst böse. Und ich hoffe, die anderen beiden, deine beiden Brüder sind nicht so fies. Ey, diese Dick, das haben keine Hemmungen, oder wo sie sich verstecken. Mitten auf dem Weg, halb in irgendwelchen Pixeln drinne, an Orten, wo man es ja nicht direkt erreichen kann. Unmittelbar in der Nähe zu einem anderen. Also, Brudi. Hey, inmitten von drei Steinen, das war der einzige Punkt, woher man hätte das nachvollziehen können, warum das sich hierher verpieselt hat. Weil der wird ja wahrscheinlich von allen zertrampelt. Hat er sich hier versteckt. Gut. Dann nur noch einer. Hoffen wir, wir finden ihn noch. Ein weiterer grandioser Ausblick, um zu dem schönen Strahl, zu einem recht angenehmen hübschen Pokémon. So, da war ich mit noch von diesem Hasen da drüben, das passt gerade, na? Das dritte Mal kommst du mir heute entgegen gehoppelt. Sieht man aber auch, wenn ihr gute Augen habt, dieses Dickdach hier am Hügel. Und wir haben somit alle in Großgefilde blind gefunden. Ich bin sehr stolz darauf. Ich dachte echt, das wird schwieriger, aber das ging ja. Du hast alle Dickdach gefunden, die sich im Großgefilde versteckt haben. Na, perfekt. Noch gibt es immer noch über 100 verschiedene Dickdachs, die wir noch finden müssen. Also, es ist noch lange nicht vorbei, Leute. Dies war nur der Anfang, aber Großgefilde ist ein großer Ort. Das ist gut, dass wir den jetzt eindämmen können. Perfekt. Der ganze Anfangsort, um genau zu sein. Nun würde ich sagen, werde ich euch noch was zeigen, was ich, äh, ja auch geschenkt bekommen habe vor einer Weile. Und hier würde ich sagen, sie sind was selber gleich. So, der Grund, warum ich jetzt hier auf einmal Pokémon Home bin, hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar, einige von euch wissen es schon. Ich glaube, ich habe es auch schon in einem verwerbigen Part mal erwähnt gehabt. Es gab ein größeres Event, wo verschiedenste Sierra Ora Pokémon gespawnt sind. Ich weiß gar nicht, ob Sierra Ora mit neu ist als Pokémon oder ob das schon in anderen Versionen verfügbar war. Aber auf jeden Fall gab es ein größeres Event in Schwerdanschild, wo dieses Viech überall in Raids als 5 Sterne Pokémon oder 4 Sterne Pokémon erschienen ist. Da konntest du das besiegen und wenn innerhalb von einem gewissen Zeitlimit Millionen von denen besiegt wurden, glaube ich, oder so was. Das ist eine Million besiegt wurden von dem Viech auf der gesamten Welt. Dann hat jeder, der während dieser Zeit, ähm, der in diesem Zahlenbereich ein paar Pokémon in seinen Boxen abgelegt hat. Das habe ich hier mit ein paar Pokémon getan. Haben, ähm, dieses Shiny Sierra Ora, ja, das ist wirklich nicht nur ein normales Sierra Ora, sondern ein Shiny Sierra Ora bekommen. Denn du konntest es nicht fangen. Und einige haben es als Shiny eben schon gesehen. Das hat einige getriggert, weil das konnte als Shiny spawnen. Du konntest es aber nicht fangen. Andernfalls hat es aber jeder nun geschenkt bekommen, der während diesem Zeitraum eben in Pokémon Home seine Accounts verlinkt hat mit dem Handy und sowas. Und da dann halt Pokémon reingelegt hat. Ich habe das ebenfalls erhalten und ich möchte das heute entgegennehmen mit euch zusammen. Und zwar liegt das jetzt momentan hier in dem Pokémon Home-Pokémon drinne. Und ich hoffe, ich kann das irgendwie transferieren jetzt auf, ähm, ganz genau hier. Oh, das ist Level 100, Lucky Strike. Das ist Level 100? Was ist denn das? Ich wollte das heute mal spielen eigentlich. Ich werde es trotzdem mal heute zocken. Aber ich wollte das heute extra mal spielen einmal, damit ich halt, naja, euch das mal zeigen kann im Kampf. Vielleicht mal in einem, vielleicht mal in einem wilden Pokémon-Kampf oder sowas, damit es fair bleibt. Aber ich habe es schon direkt umgelegt und zwar in Lucky Strike. Einfach nur so, weil das glücklich ist, weil ich mich glücklich freue darüber, ein Shiny, so ein legendärer Shiny-Pokémon erhalten zu haben. Und das hat wohl sehr gute Werte anscheinend. Ist Shiny, ist Level 100, ist in einem Event, weil, was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte das jetzt so in die, ähm, kann man das jetzt irgendwie machen? Kann ich das jetzt einfach jetzt rüberschieben? Ich kenne mich hier nicht so aus, aber kann man das einfach irgendwie bewegen jetzt so? Also einfach sagen, gut, komm, ich will das jetzt rüber haben in... Wenn ich es anklicke jetzt, oder Übersicht hier. Wenn ich klicke das an, genau. Zur Box, Bericht, ich kann es freilassen, das will ich doch gar nicht. Zur Box. Okay, vielleicht muss ich das jetzt auch irgendwie, vielleicht muss ich jetzt nochmal das beenden hier. Ja, beenden. Ich speichere auch gerne nochmal. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich hätte es vielleicht nochmal schneiden müssen, weil ich extrem keine Ahnung habe, wie ich diese Pokémon jetzt aus der Box rausbekommen habe. Aber vielleicht kann ich es einfach hier rein und kann hierher gehen oder sowas. Und kann dann irgendwie von hier aus rüberziehen. Ich dachte, dass man einfach draufklicken muss und das rüberziehen kann. Aber ja, doch, das klappt wirklich über hier diesen Modus. Wusste ich nicht. Ich dachte, dass man jetzt einfach nur das von dem anderen Modus aus auswählen kann. Sehr gut. Wenn ich das in meine Box jetzt schieben, ich kann es nicht in mein Team bewegen übrigens. Mit R kann ich die Box wechseln. Ich schiebe es in einer der letzten Boxen, wo ich drin bin. Was ist mit dem Flora-Klos? Da muss ein Ausrufezeichen davor. Genau. Hier in Box 8 gehst du jetzt ganz alleine rein. Und ist noch was anderes hier wichtiges dabei? Ne. Ich habe auch einige Pokémon generell geschenkt bekommen hier von Pokémon Home generell. Also macht gerne das Tutorial, um hier ein paar Pokémon zu erhalten. Von den Startern zum Beispiel. So eine nice Geschichte. Und nun würde ich sagen, sehen wir uns in Pokémon Schwert und Schild wieder. Und da werde ich auf jeden Fall dann das Serraora in mein Team reinpacken für einen Kampfer. Also wenn das wirklich eine 100 ist, will ich jetzt nicht irgendwas, nicht wirklich so viele Kämpfe damit machen. Und habt das mal gesehen wenigstens. Also bis gleich. Ihr könnt mir ja gerne Bescheid sagen, ob ihr ebenfalls das Pokémon erhalten habt und wie. Und ob ihr es ebenfalls über das Event erhalten habt in Shiny und sonst wie. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich für meinen Teil werde jetzt mal ganz, ganz kurz dieses Pokémon total fertig machen mit mir. Erstmal natürlich sieht es in Shiny extrem geil aus. Ich tue mir leid für das Pokémon. Das sieht sehr schön aus und ich habe es noch nicht. Aber ich werde es trotz dessen heute mal total fertig machen. Weil es das einzige wirklich starke Pokémon hier ist. Und ich will jetzt kein kleines, unschuldiges Pokémon total zerstören. Denn eher ein großes, unschuldiges Pokémon hier zerstören. Das setzt sich ein Feuerfeger ein. Die Angriffe gefallen mir sehr. Das soll der Gerütt schaden machen. Komm, I will drauf da jetzt. Voll mit dem Feuerangriff drauf. Boom. Und jawohl, schön eingeschlagen. Weißt du, ob es irgendwelche Spezialangriffe gibt, die man hier noch erhaut. Da halten einige gerne Pokémon. Gute Erfahrungspunkte, supi. Und ja, das Pokémon ist weg. Tut mir sehr leid, Leute. Aber ihr habt jetzt mal ein Action gesehen, dieses Pokémon. Nur würde ich aber sagen, wechsel ich wieder mal zu meinem normalen Pokémon zurück. Lucky Strike kann sich ruhig eine Auszeit gönnen. Und wir werden jetzt hier nochmal unsere Wege noch für den Rest des Parts gehen. Für die restlichen 10 Minuten, die wir hier jetzt noch übrig haben, werde ich mich hier ganz, ganz fix hier ranbegeben und zu unserem Mess-Tritch gehen, der welcher ja im letzten Part uns zu sich bestellt hat, nachdem wir die zweite Prüfung abgeschlossen haben. Mit der deiner Summe. Ich habe jetzt auch erstmal wieder Lucky Strike rausgetan, weil der erste zu geballte Wacht, den wollen wir nicht mit unserem Team erstmal haben. War auch nicht geplant, dieses Pokémon übrigens hier reinzupacken. Keine Sorge, Leute. Das ist ein anderes Pokémon. Und ich habe jetzt erstmal Quali wieder an die erste Stelle gepackt. Genau. Das ist der Plan, weil das noch ein neues Pokémon ist. Und ich möchte jetzt erstmal fix hier weitermachen noch für den Rest des Parts. Und hat sich mein EP-Pin bisher schon als glücklich erwiesen? Ja, auf jeden Fall. Danke dir. Das ist ziemlich nice. So, was machst du eigentlich hier? Na nur, wurdest du etwa auch vom Meister hergerufen? Oh nein. Mensch, was siehst du denn hier? Sie ist so eine richtige Nögel-Trude, die immer ihre Aufmerksamkeit haben möchte. Und da auch gerne mal auf die Tränendrüse drückt. Colin Sephora. Schön, dass ihr hier und nicht woanders seid. Ganz genau. Aber ich war gerade woanders noch. Meister, ihr wolltet etwas mit mir besprechen? Mit uns, bitte. Nun, ich habe euch beide hergebeten, da ich ein ernstes Wörtchen mit euch reden muss. Okay. Ich habe nichts falsch gemacht. Sie war es. Sie war alles. Es geht um die drei Prüfungen des Master-Doshes. Ich muss euch leider mitteilen, dass wir schon bei der letzten der Finalen der ultimativen Prüfung Nr. 3 sind. Die letzte Finale der ultimativen Nr. 3 Prüfung? Echt schon Nr. 3? So, ich muss mich entscheiden. Jetzt müssen wir Nr. 3 nehmen, weil ich auch immer sehr gerne Nr. sage. Ihr wollt uns also einfach nur sagen, dass die nächste Prüfung ansteht? Exakt. Ihr zwei habt es als einzige geschafft, die zweite Prüfung zu bestehen. Dabei habt ihr einander stets angespornt und somit zu größerer Stärke verholfen. Jetzt ist es Zeit für einen entscheidenden Dynamax-Pokémon-Kampf zwischen euch. Okay, ich hätte eigentlich gerne mal Lucky Strike bleiben können jetzt hier, Lull. Wir sollen gegeneinander kämpfen, das ist die letzte Prüfung? So ist es, die Regeln sind denkbar einfach. Wer gewinnt, hat die Prüfung bestanden. Und der Gewinner bekommt von mir die Geheimrüstung unseres Doshos. Endlich ist es soweit. Gibt es ein Problem? Aber der Kampf wird auf dem Kampfplatz hinter dem Master-Dosche ausgetragen. Da sich dort eine Energiequelle befindet, könnt ihr die deiner Maximierung anwenden. Das passt doch. Was mache ich denn hier noch? Ich muss sofort auf den Platz und mich innerlich vorbereiten. Also dann, ich gehe schon mal vor. Lass dir der Weih ruhig Zeit mit deinen Vorbereitungen. Ganz wie ein Fleckmon. Ja, der, dass du vielleicht davor kommen soll. Ich habe gerade nämlich genug Vorbereitungszeit getraucht. Und zwar 20 Minuten circa, um genau zu sein. Jetzt gehe ich direkt nachher. Wenn ich noch mehr Zeit tot schlage für euch heute. Sephora hat an und für sich schon ein Talent. Aber da sie sich dessen bewusst ist, geht sie alles nur halbherzig an und hat sich bisher noch nie ernsthaft einer Sache gewidmet. Das gilt auch fürs Training im Dojo. Aber seit du hier bist, hat sich das geändert, Colin. Eure Rivalität scheint sie dazu anzuspornen, sich wirklich für etwas ins Zeug zu legen. Ich hoffe nur, dass diese Motivation sie nicht vom richtigen Weg abbringt. Oh Leute, ich glaube, es wird noch ein längerer Part heute, wenn wir nochmal kämpfen wollen. Ach, er zockt wieder. Das passt doch. Begib dich zum Kampfplatz hinter dem Dojo, wenn du bereit bist. Okay. Meine Pokémon, werden die geheilt irgendwie? Oder müssen wir... Aber ich glaube, wir können die nochmal heilen lassen. Genau. Ich werde heute mal dann aber nicht mit Quali in den Kampf gehen. Sondern wahrscheinlich, wenn wir deine Maximierung vorführen, würde ich mit Quali die ersten Kämpfe machen wollen. Und dann wechsle ich wahrscheinlich zu Platschi. Weil er einfach der bekannteste ist in meinem Team, der deine Maximieren kann. Und weil Kramor in den letzten Parts schon viel machen durfte, werde ich ihn nicht deine Maximieren lassen. Endlich ist auch zu stark. Ich werde das Ganze mit Quali beenden. Aber ich werde nochmal ganz kurz meine Pokémon heilen. Da müssen wir, glaube ich, hier rein, oder? Genau, Pokémon heilen. AP heilen, Pokémon heilen und zu vorbereiten. Aber wie gesagt, Leute, der Papertort hat etwas länger. Ich möchte heute den Kampf gegen Sephora noch bestreiten. Wenn das wirklich die dritte Prüfung ist und es nichts dazwischen kommt. Nun haben wir auch den heiligen Zutritt zum Kampfplatz. Da sagst du nochmal dazu. Sephora wartet dich auf dem Kampfplatz. Gib dein Bestes. Sagen die anderen auch was anderes jetzt? Hei Sephora ist richtig motiviert. Okay, die sagen wirklich was anderes. Alle nochmal hier. Jetzt kommen wir also zu einer direkten Auseinandersetzung. Hätten alle Prüfungen daraus bestanden, würde ich jetzt doch gut im Rennen liegen. Also ist er so fürs Kämpfen eher da. Ja, das ist ja cool. Ich werde jetzt nicht mit jedem reden. Einfach voranschreiten, Leute. Betreten wir den Kampfplatz. Da vorne ist er schon. Und so fort steht schon vor uns. Machen wir uns ran in den letzten Kampf. An den alles entscheidenden Kampf. Zwischen uns beiden. Hier wird sich entscheiden, wer die finale Prüfung besteht. Und somit würde ich es mal im Mestrisches Fußstapfen zu treten. So, das Mestrische steht jetzt vor uns. Mein Team steht. Wir können hier nichts mehr machen. Kein Pokémon-Camp mehr ausbreiten. Ich werde Platschi im Fall der Fälle mal direkt schon an zweiter Stelle packen. Und Ende an der dritte Stelle packen. Meine drei besten Pokémon am Anfang. Bei wichtigen Kämpfen kommt das zum Einsatz. Dieser Floor soll nicht in einer Zeit in den Kampf geschmissen zu werden. Ich meine, es ist nicht cool, wenn sie ihr Spiel-Pokémon spielen würde. Aber das ist ja auch irgendwie Quatsch zum Teil, oder? Und ich glaube, sie hat auch eins bekommen, oder nicht? Bin mir jetzt nicht ganz genau sicher. Da bist du ja. Jetzt muss ich dich nur noch besiegen. Dann gehört die Geheimrüstung von mir. Und dann werde ich eine Arena-Leiterin für Gift-Pokémon. Ich kann es kaum erwarten. Also so werden Arena-Trainer ausgebildet zum Teil auch. Ich weiß es gar nicht. Wir haben das nie erfahren. Wie Arena-Trainer oder Arena-Leiter ausgebildet werden. Vielleicht hier vom Mestritch. Das ist ja ja cool. Da sind wir Champ, Arena-Leiter, alles irgendwie. An die Niederländer kommt für mich nicht in Frage. Das verstehst du doch bestimmt, oder? Das ist wahr. Ich werde mich nicht zurückhalten. Bereit? Aber sowas von. Let's go, Mensch! Nehmen wir jetzt los für den Rest des Kampfes. Ihr seht aus, als könnte es losgehen. Ganz genau, es geht jetzt auch los. Und die meisten schauen uns zu. Hör mir jetzt schon ein bisschen heiß hier. Ist euch auch so heiß hier drin? Es ist zwar Sommer, aber... So, viel Erfolg! Ich feuere euch beide an. Vielen Dank. Also gut, geht in Position, weil der Krat nicht noch. War der grad nicht noch vor uns? Ey, wie schnell. Ha, die meisten haben sich auch gewollt, was hier grad abgeht. Also ein paar Tricks hat er schon in seiner Tasche noch. Unter seinem Hut. Kann man auch sagen. Passt hier sehr gut. Gut, Sephora. Einen guten Ring hast du da. Du bist auch recht schön anzusehen. Aber leider ist der Charakter ganz, ganz schön ätzend. Ich werde dich mal zurecht schlutzen. Dies ist die letzte Prüfung. Fertig? Aber sowas von. Oh, die ist sehr motiviert jetzt. Oh, die Aura kommt. Aber mit der Aura kannst du mich nicht weich kriegen. Und ab geht in die Post! Und da ist der Kampf. Schönen Übergang. Pokémon-Trainer Sephora fordert dich heraus für einen letzten Kampf. Wir haben dreimal gegen sie gekämpft. Sie hat nun vier Pokémon in einer Stückzahl. Alle größtenteils ausgerüstet, nehme ich jetzt mal an. Wobei, das müsste hier neues Pokémon sein. Ich habe auch einen neuen Zuwachs bei mir. Das Bisa Floor kennst du bestimmt schon. Und hier Quali eigentlich auch schon. Jetzt mache ich ernst. Mach dich auf einen Kampf ohne Samthandschuhe bereit. Ach ja, auf dem Kampfplatz sind übrigens überall Giftspitzen verteilt. Also, sei vorsichtig. Hä? Was? Die betrifft doch aber mal sowas von. Voll schwer vergiftet. WTF? Sie muss Gift ausgelegt haben, als wir noch in Dojo waren. Mensch, damit kommst du nicht durch. Ich werde nicht sowas von zerstimmen mit Flächen machen, dass das erste Pokémon direkt schon mal downen. Gut ist ja, dass ich sehr gut gegen Gift-Pokémon ist. Und da kann die sonst was machen. Oh nein, das war nicht gut. Tut mir leid, mein liebes Team. Aber nicht aufgeben. Ihr schafft das. Vergiss es. Du hast keine Chance gegen mein Team und mich. Das passt gerade sehr gut. Aber die Vergiftung wird dann immer stärker. Am Anfang macht die ganz wenig Schaden. Aber die kickt dann überall später. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Vergiftung beheben. Aber noch ein Angriff tankt er weg. Dann ist er down. Und dann werde ich... Ich werde jetzt mal töten müssen jetzt. Und dann werde ich heilen. Weil es ist so lange jetzt kämpfen, bis die meisten ihrer Gift-Pokémon down sind. Vielleicht kommt jetzt auch noch ein anderes Pokémon, was jetzt nicht effektiv gegen Psychoangriffe ist, rein. Da könnten wir auch generell schon wechseln. Mal gucken. Aber erst soll die Erfahrungsmögliche entgegennehmen. Sogar auch staulich wenig wie es WCF. Für einen Trainerkampf gegen sie. Das ist schon mehr. Das tut weh. Vorsichtig, weil es eine schwere Vergiftung ist. So, Rollum kommt jetzt als nächstes. Das ist ein Kiefer-Pokémon. Bei Kiefer-Pokémon haben wir schon einen Spezialisten. Und zwar unseren lieben Kramor, welcher mit Flugangriffen unsere Rollum extrem kräftig angreifen sollte. Weil es auch zudem fliegt, sollten wir zudem ebenfalls in der Lage sein, es idealerweise benutzen zu können, ohne vergiftet zu werden. Oder greift die Vergiftung so oder so? Ne, die greift nicht, weil wir fliegen. Machen wir weiter an der Stelle. Und ja, ich sag richtig, mit Bohr-Schnabel können wir hier enormen Schaden drücken. Gut, wenn wir jetzt eh gezwungen sind, durchzuwechseln, weiß nicht, ob wir jetzt durchwechseln müssen beim nächsten Mal. Hätte ich es eigentlich sogar noch heilen können, dann werde ich jetzt einfach beim nächsten Kampf ein anderes Pokémon nehmen und das Ganze dann mit unserem Platschi beenden. Im Kampf. Bei Psyche und Wassertus sollte es sich nicht beißen, meines Erachtens nach. Erfahrungsmögliche steigen jetzt wirklich hier. Äh, Smog-Mog kommt nun ebenfalls in Gift-Pokémon. Nun könnten wir eigentlich wieder wechseln. Ich würde jetzt aber, wenn wir jetzt wechseln, was könnten wir denn dann reinpacken? Na, eigentlich schon der Entigten, oder? Ich meine, wir könnten ein bisschen Flur ganz kurz reinpacken, Angriff machen lassen und dann wieder zurückziehen lassen, damit es sehr viele Erfahrungspunkte später bekommt. Das wäre eigentlich gar nicht mal so dumm. Und Rocky könnte Felswurf einsetzen, äh, Tarnstelle einsetzen, um ein bisschen Schaden zu drücken. Für das letzte Pokémon zumindest. Ich werde mal ein bisschen Flur reinpacken, ganz kurz, dass es mal einen Angriff einsetzt und dann wechseln wir um. Oder es schafft es sogar mit seinen Angriffen durchzuziehen. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber es ist ja auch zum Teil Gift. Wird es dann auch vergiftet? Ne, wird es nicht, ganz genau. Es ist ja Giftpflanze und somit sollten wir gegensteuern können. Natürlich können wir jetzt, ne doch, es wäre ja vergiftet. Ah ne, irgendwas habe ich gerade gesagt. Wir sind, glaube ich, immun. Und ich sehe gerade schon, ja, nichts ist effektiv gegen Giftpflanze. Dann war das doch nicht so gut, oder? Dann werden wir jetzt höchstens mal den Blütenwirbel einsetzen, um mal ein bisschen Schaden zu drücken im Kampf. Gewiss, das setzt hier noch einen. Aber ich glaube, das auch... Oh, der Schaden ist aber nicht gut. Wir werden mal einen Angriff einsetzen, wie es geplant war, damit es mal einen Kuchen davon abbekommt. War natürlich sehr, sehr schwach und wir ziehen uns jetzt zurück wieder. Und wechseln nun zu unserem Kramor. Ich möchte halt nur, dass es Erfahrungshunde bekommt. Äh, unsere Kramor, sage ich schon, und zu unserem Endhinken. Der sollte ja dann... Warte mal, ne, das war gerade dumm. Ich habe gerade gesehen, dass er auch keine Angriffe drauf hat, die effektiv sind, oder? Also, vielleicht ist es normal effektiv gegen ihn, aber Brody, was ist so ein Typ? Komm ich doch gar nicht dagegen an. Oder war das gerade nur die Nachricht, dass die, äh, dass die giftige Stacheln weg sind, jetzt? Ja, das ist weg. Die sind weggefallen. Die halten nur drei Runden, dann okay, perfekt. Ja, und ich sehe gerade wirklich schon, kein Angriff ist auch gegen dieses Pokémon effektiv. Was ist denn eine Scheiße? Aber ich hatte so geläutet, ich habe alles im Griff. Wir werden, weil er ja auch noch nichts gegen uns machen kann, mit Gewissheit unseren Angriff boosten und mit Hilfe des, äh, des erhöhten, unserer erhöhten Angriffskraft und, so wie unseren Volltreffer, die wir halt reintreffen können, sollten wir ihn killen können eigentlich. Klairsmog. Äh, irgendwelche Statusveränderungen wurden, glaube ich, behoben. Ach so! Der hat meine Boost gerade aufgehoben, oder was? Ey, bitte nicht. Hör auf, das jetzt zu machen. Ich werde nicht einfach nur totpillen. Wenn der das Zollwerk gemacht hat, werde ich einfach angreifen dann. Chill. Ich muss doch gar nicht was lesen, was das jetzt macht. Klairsmog. Ja, okay. Dann können wir uns vergessen, dann muss ich ihn angreifen. Geht gar nicht anders. Dann setze ich jetzt einfach mal eine Laubklinge ein. Hoffentlich macht er auch genug Schaden, weil wir ja Volltreffer gegen ihn nicht landen können. Joa. Wird ein, wird ein vielmehr ein Kampf, der witziger wird. Weil wir uns hin und her pritschen werden. Aber, aber der Klairsmog, ich meine, der hat jetzt einen Schadensvorteil. Der sollte ja eigentlich klar gehen, aber das ist halt scheiße, wenn er es nur noch einsetzt. Ich weiß auch nicht, wie oft man das einsetzen kann, diesen Klairsmog. Ich werde noch ein weiteres bei Laubklinge reinwerfen in die Kiste. Wenn wir noch einen weiteren Volltreffer landen, macht das auch enorm Schaden, ganz genau. Aber eine Heilung muss, glaube ich, gleich ran. Aber wie es sich, wie wir es schon sehen können, mit Laubstangen und so den ganzen Spaß, machen wir ja nur einen Schaden. Hatte ich gewusst, dass auch Kampf nicht gut gegen seinen Typ ist. Das ist interessant. Also einen Kampf überleben wir noch und das werden wir auch nochmal gegensteuern. Dann werde ich heilen und dann sieht es gut aus. Komm schon. Heute, übe einen rein! Was hier abgeht, Pony? Wieder weiterer Volltreffer von Null. Komm, jetzt übe einen, übe ran hier. Hält ich noch weiter einen Angriff eigentlich? Ne, 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 ne. Ich heile lieber. Ich heile lieber. Nichts riskieren. Mein Ender soll nicht sterben. Ich bin lieb zu meinem Pokémon. Deswegen machen wir auch eine Heilung jetzt an der Stelle und zwar mit einem schönen Hypertrank. Wo haben wir dich? Genau, hier haben wir dich. Damit du nochmal einige Leben zurückbekommst und somit wieder kampfbereit bist. Sie könnte auch heilen, also wäre es nicht dumm, jetzt gegenzusteuern, weil wir machen mehr Schaden als ihr Smogmon hier. Aber nein, sie setzt keinen Hypertrank ein. Das ist interessant, weil wir so schneller als das Pokémon und ja, der Schaden ist nicht ohne. Gut, dass wir geheilt haben. Wir werden sonst gestorben. Auch wenn wir schneller gewesen wären, lieber die Heilung nochmal haben, damit das Pokémon sich nochmal freut. Und nun haben wir es. Auch hier haben wir eine Pflanzenattacke eingesetzt, genauso wie mit dem Bisaflor. Durch die Levels, Vorteile und den Angriffs durch die Volltrefferquote. Weil ja, glaube ich, auch generell den Effekt hat, dass die Volltrefferquote erhöht wird. Haben wir es geschafft, sich hier durchzukämpfen. Und ja, Bisaflor erhält einige Erfahrungspunkte dadurch. Und will Synthese erlernen. Das ist eine Heilungssattacke, oder? Synthese. Füllt Kapitis an, wenn das auf. Die Menge hängt vom Wetter ab. Aha, okay. Naja, gut, das ist besser als Egesam, würde ich sagen. Als Heilungsmove. Machen wir das so. Auch wenn man es noch fünfmal nehmen kann, Egesam hält er nur ein bisschen, da ist es nicht besser. Exakt. So, Lamus kommt nun in den Kampf. Als letztes Pokémon. Wir werden wechseln und werden dafür jetzt unser Platschi nehmen. Wir werden damit Dynamics im Nieren. Scheißegal, was alles kommt. Eis könnte sehr gut gegen Gift sein. Was weiß ich was. Wasser ist auch normal, glaube ich. Wobei Wasser könnte vergiftet werden, sogar WTF. Aber es könnte jetzt genau die Typen drin haben, die scheißen gegen ihren Typen. Weil er ist ja auch zum Teil Wasser, oder? Er ist völlig ausgeschlossen, dass ich hier verliere. Ein Pokémon noch. Und dann gewinnen wir das Ganze hier. So. Ich will jetzt kurz testen, was für Angriffe wir gegen ihn einsetzen können. Und ob Eisstrahl auch gut oder schlecht gegen ihn ist. Aber ich glaube, weil der jetzt Typ Gift ist, ich kann mir gut vorstellen, dass eventuell Eisstrahl oder so normalen Schaden gegen ihn macht. Aber ich werde es trotzdem Dynamics simieren und hoffen, dass es klappt und werde Deiner Frost einsetzen mit 130 Schaden. Genau. Es wird auch Dynamics simieren. Das ist klar, das ist nicht ohne Grund. Ein Dynamics-Kampf, wie wurde ja gesagt. Bereiten wir uns vor. Vergiss nicht, dass du dich so dumm und greifst. Und werde auch einen anderen Angriff vorbereiten. Die Gipstarren sind weg für diesen Teil heiß. Eine schwere Vergiftung erleiden wir nicht mehr. dadurch besiegt werden. Und wir werden, auch wenn wir jetzt nicht gut gegen das Pokémon sind einige heftige Hits rein drücken. Bei Lamos müsste langsam mal sein als unser Endigen hier. Ehrlich gesagt schon Platschi hier. Ja, es ist jetzt ebenfalls ein Vorsicht, liebe Zuschauer zu Vorratsgift, kann riesigen und Nebenwirkungen damit sich bringen. Ah, ich weiß nicht, Leute, ich habe mir Sorgen bei den Gifttypen. Ich mache mir gerade extrem Sorgen, aber wir schaffen das. Komm. Aber jetzt gucke ich jetzt wirklich eine andere Persönlichkeit hat. Sie ist viel zuversichtlicher. Und tut nicht mehr so zu übel. Ah, ja, die Welt ist doch so schön ein Spiel. Nein, es ist wirklich das Richtige angreifend. Na, es ist Geschichte. Auch Lamos hat einige Kaffee dazu. Wie bei uns. So. Dann haben wir kein, ähm, dann haben wir kein Pokémon, dann haben wir keine, äh, Giga-Dentemaximierung. Hat er aber auch nicht. Und komm. Hau ihn drauf jetzt. Jawohl, das ist guter Schaden. Damit kann man arbeiten. Das sieht gut aus. Und es Tage, jetzt wird er noch ein bisschen mehr Schaden reingedrückt. Was macht er? Deiner Chinesa, ach so, Psycho? Das ist aber nicht stark gegen uns, ganz genau. Das ist nicht stark gegen uns, Chinesa. Deswegen setzen wir das ein und hoffen, dass der Schaden, der Grundschaden, äh, den Damage ziehen kann. Am Ende können wir uns hier nochmal einfrieren, soll der jetzt nicht sterben durch unsere Deiner Flut. Ne, es ist ein normaler Schaden. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein normaler Schaden ist, die Deiner Flut zu machen. Und damit haben wir es geschafft, in der zweiten Runde von der Deiner Maximierung ihr extrem cooles Pokémon aufzuhalten. Und wir können uns glücklich schätzen, dies erfolgreich, äh, ja, abgeschlossen zu haben. Auch unser Team, wie das Floor, erhält ihr nochmal einige Erfahrungsbombe. So muss das und nicht anders. Der Kampf ist somit beendet, in einem schönen epischen, wie man es schon kennt, auch, Dynamax-Kampf. So, wie sieht es aus? Was hast du das zu sagen? Ha. Dabei habe ich mich nicht mal zurückgehalten. Ich habe noch alles gegeben. Gut zu wissen, vielleicht werden wir damit keine weiteren Kämpfe mehr von ihr sehen. Bitte. Oder zumindest, vielleicht lügt sie auch wieder. Kann auch sein. Ich glaube, wir werden nochmal gegen sie kämpfen. Ist wie so ein Rivale, der kauft immer wieder. Wir haben einen Sieger! Koll, die dritte Prüfung bestanden. Bravo, super. Jawohl, das war fantastisch. Was für ein Kampf. Das habt ihr beide ganz hervorragend gemacht. So, vorher, was ist los, Mensch? Wie geht es dir? Ach, ich habe verloren. Ha. Das ist ja wohl das allerletzte. Ich verliere, obwohl ich sogar extra geschummelt habe. Ich wusste, dass sie geschummelt hat. Ein so junges Talent wie du wird das vielleicht nicht verstehen. Aber eines solltest du wissen. Ich habe absolut alles gegeben. Alles, was in mir steckt. Aber vielleicht sollte ich meinen Traum, Nerinderleiterin zu werden, langsam aufgeben. Wenn meine Schummelei herauskommt, werde ich sowieso aus dem Durstuhl geschmissen. Conan, du kannst dem Meister ruhig von meinem faulen Trick erzählen. Wie ist denn die? Warte mal, warte mal, warte mal. Die ist ziemlich dreist. Die ist ziemlich dreist, Leute. Wir kennen die alle. Wir kennen die alle. Die hat vorhin schon auf diese Überzeugungskraft so gesetzt. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir sie wirklich erzählen. Ihr einziges Ziel ist gerade eben, uns umzustimmen, dass wir jetzt Mitleid mit ihr haben. Aber durch ihre Art, wie sie davor immer war, ich glaube, bei ihr hat es nicht dick gemacht. Die ist wirklich rotzfrech. Machen wir. Es tut mir leid. Das wird nicht nötig sein. Ich weiß schon genau, was hier vor sich geht. Aha, okay. Es muss wirklich sein. Wir mussten ihr einen Dämpfer verpassen, weil ich glaube, hätten wir jetzt nein gesagt, hätten wir entweder, wir hätten es bei ihr klicken gemacht, und sie hätte uns gefeiert. Aber ich glaube, sie wollte von Anfang an nur, dass wir nachgeben. Dass sie weiß, okay, sie kommen nicht durch, wenn wir jetzt das erzählen. Er hat es aber schon gut, deswegen ist es eh scheißegal. Ihr habt es wahrscheinlich auch gesehen haben, diese Giftstacheln. Das wäre peinlich, wenn nicht. Auch wenn eben kann auch nicht angezeigt werden. Aber es hätte die Moral zwischen uns beiden verändert, hätte ich jetzt nein gesagt. So weiß sie, dass ich es auf jeden Fall auch ernst meine. Und so hätte sie nur gewusst, dass sie wieder ihr machen kann, was sie will und jeden überzeugen kann. Meister? Als Sephoras Meister trage ich eine gewisse Verantwortung für das, was passiert ist. Daher möchte ich auch mich entschuldigen. Das war nicht richtig von ihr. Aber meine Schülerin steckt nun einmal voller Siegeswillen und gibt alles gegen ihren Rehmalen. Ey, komm, dann werde ich im nächsten Kampf ebenfalls hier irgendwelche Bomben legen und ihre Pokémon in die Luft gehen oder was? Danke, Meister. Colin, es tut mir wirklich leid hier. Da spielen sie wieder. Das war nicht doch. Da spielen sie wieder. Als Strafe wirst du dich ein halbes Jahr lang ganz allein um die Pokémon in den Dojo kümmern. Oha. Ist auch witzig. Was? Das ist zwar harte Arbeit, aber ist das wirklich alles? Na, Logo. Und von jetzt an wirst du bei uns auch deinen Geist stärken. Ja, das werde ich. Wenn die lacht, ist die schon extrem niedlich. Aber er ist schon die Liebermeister. Dann wäre damit alles geklärt. Ihr habt euch so wunderbar ins Zeug gelegt, meine Lieben. Aber wirklich alle, nicht nur wir beide. Ich war inzwischen durch so aufgeregt, dass ich kaum hinschauen konnte. Das war so aufgreifend. Es war so toll, dass wir Rotz und Wasser geheult haben. Colin, du hast dich von der misslichen Lage gar nicht erst beeindrucken lassen und prima gekämpft. Ganz genau. Damit hast du alle drei Prüfungen gemeistert. Und nun, wie versprochen, die Geheimrüstung des Master-Dojos. Ich lade schon mal vor, um im Dojo alle nötigen Vorbereitungen zu treffen. Kommt jetzt eine geile Feier? Gibt es noch was gegrilltes, was zu essen? Ich habe Hunger. Also dann, die Show ist vorbei. Macht euren Meister froh und kehrt zurück ins Dojo. Hoho. Schön. Okay. Colin. Ja. Äh, ich also, äh, äh, du hältst die Dealkarte von Sephora. Boah. Also, danke. Du, du bist ganz schön stark. Ist ja, ist ja eine gute Einversicht. Das ist ja eine gute Einversicht, die sie bekommen hat. Cool. Und jetzt sehen wir wirklich hier gerade Getränke überall. Wir feiern. Schöne das Mars-Doschos. Sephora. Colin. Ach so, nur die ist noch da. Ah, okay, verstehe. Oder waren die anderen Namen nur unwichtig? Ja, ja, die anderen Namen nur unwichtig. verstehe. Weil die nicht so relevant sind. Wir haben auch, aber die haben einen Namen, oder? Ne, wird nicht gesagt. Hier geht es, du Kampflasst. Okay, aber jetzt ist alles gut. Gut, dann würde ich sagen, bei einem vielseitigen Part. Wir haben hier Diktas in Großgefilde gefarmt. Wir haben euch einen, ich habe euch einen Kampf mit dem extrem starken Pokémon Serraora gezeigt. Und wir haben noch die dritte Prüfung hier abgeschlossen. So muss es laufen und nicht anders. Nur würde ich auch sagen, habt noch einen schönen Rest. Und am nächsten Tag, ja, und im nächsten Jahr werden wir diese Geheimrüstung entgegennehmen und gucken, was wir hier noch zu erledigen haben. Das Feld ist schon so vorratlich gerade ein bisschen verbessert zwischen uns beiden. Vielleicht wird es ja noch einiges mit uns beiden. Aber weiß er nicht. Ciao. Bis zum nächsten Mal.